Wir haben jetzt auch einen Support-Creator-Code, Flo oder Flo, einfach eingeben und jeder, der mir davon ein Bild auf Instagram schickt, wird in der Story markiert, auf ihrem Bruder-Basis. Viel Spaß beim Video. Und Damen und Herren, willkommen meine Freunde, hier zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Wir sind back am Start mit Contra Karius, ja. Nicht Baktus, Leute, Karius. Ne, Rude Talk, Contra Karp, Feed Wastel, Blei. Ich habe noch nicht reingehört, Freunde, das Ding gab es jetzt, glaube ich, schon anderthalb Tage oder so auf Spotify. Ich habe auf ein Musikvideo gewartet, ich habe noch nicht reingehört. Ich freue mich sehr drauf, Freunde. Gönnt euch das Album, falls ihr euch das Album noch nicht geholt habt, ja. Gönnt euch das Album, ganz oben in der Beschreibung, supportet den Ehrenbruder, ja. Ey, ich habe Bock, Leute. Ihr wisst, wenn ihr meine Contra K-Videos kennt, ja, wenn nicht, klickt oben ins I, eine Playlist für euch verlinkt. Ich weiß nicht, Contra Karp ist ein besonderer Mensch irgendwie für mich. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, Mann. Jetzt nicht nur aus musikalischer Sicht, sondern auch als Person von den Werten, die er vertritt und allgemein einfach die Person, die er ist, ja. Aber, ähm, deswegen hat seine Musik noch einen anderen Stellenwert bei mir, als nur das musikalische. Trotzdem, heute mit Waisel wieder am Start, ähm, mit Blei. Ich habe echt Bock drauf, Alter. Waisel mag ich auch sehr, sehr gerne und ich denke, dass das ein, ähm, knackiges, schönes Ding sein wird. Ich freue mich sehr drauf, Leute. Für alle, die neu sind, lasst gerne ein Abo da, Alter. Gönnt mal ein bisschen Support oder würde ich sagen, schauen wir hier zusammen rein, Alter. Ich habe Bock, Alter. Contra K. Ähm, ja. Schreibt gerne mal rein, ob es bei euch ähnlich ist, ob ihr Contra K auch so, ähm, von den menschlichen Werten, die er vertritt, auch so sehr schätzt wie ich. Geh mal beiseite, gar kein Bock auf die Faxen, also besser du bleibst auf Distanz. Geh mal beiseite, ganz schnell runter von meinem Fuß, denn sonst küsst dein Gesicht, deine Wand. Alter, die Ehren, Ehren Air Max. Wo sieht man es am besten? Hier. Die Ehren Air Max 270, Alter. Ehre an dieser Stelle, ja. Ehre, Alter. Das ist in dem Orange vorne, das sieht auch echt geil aus. Aber die sind auch nicht schlecht. Und ja, ich bleib ruhig, ruhig. Doch einmal zu viel ist einmal zu viel, also bleib lieber ruhig, ruhig. Und nimm das scheiß Grenzen aus meinem Visier. Ich kenne kein Erbarmen. Bleib ruhig in deine Stadt, Baller mit Schafe. Weil man Freunde hat, so läuft die Straße. Boah, was ein krasser Einstieg von Waze, Alter. Oh mein Gott. Huch. Alter. Boah, auch der Beat, Alter. So ein bisschen dieses Orientalische da drin. Gebt keiner nach. Sie posen mit Waffen in Videocips. Aber keiner von ihnen schießt. Boah. Sie redet davon, wie man Weed vertickt. Aber ich kenne keinen, der von ihnen dient. Und glaub mir, sie sind alle fake. Alle frei erfunden wie bei Anime. Ich gebe ein Leichen, wenn's um Money geht. Boah, bei Waze, Alter. Bei Contra K. ist es auch so, da liebe ich seine Bewegung in den Musikvideos. Bei Waze auch so. Waze fühlt es richtig. Er ist in seinem Film, er fühlt es, ja. Und danzt einfach, wie er möchte. Ich liebe Waze dafür einfach. Auf die Art und Weise, wie er danzt. Wie bei Anime. Ich gehe über Leichen, wenn's um Money geht. Die Bar, bei der ich trage, sie hat heute. Ja, Mann. Sie schreckt nur so lange, bleib, bleib, bis es wirklich, welches regnet. Das Verkehr an mir vorbeik, bleib, bleib. Das ist fast, es hängt voll, weil es schon so lange regnet. Sie wollen, bleib, bleib, bleib. Und Bruder, bin dabei, Bruder, bin dabei. Boah. Sie wollen, bleib. Alter. Gefühlt bei jeder Contra K. Reaction, sag ich die ganze Zeit. Nur noch, oh, oh, oh. Aber ich sag's nicht, Alter. Ich fühle, ich fühle das einfach. Ich fühle das einfach. Gerade auch hier mit Waze jetzt die Kombination. Auch in der Hook, wo sie sich denn so abwechseln, Alter. Die Stimmen passen so unglaublich gut zusammen. Digga. Fresh. Auch beide so freshen Anzügen, Alter, komplett. Es ist, glaube ich, sogar rot und kein orange. Passt perfekt hier zum restlichen Suit, Alter. Ey, die beiden passen unglaublich gut zusammen, Mann. Boah. Digga. Sie wollen, nein, nein, nein. Boah. Ich bin dabei, Bruder, bin dabei. Es geht so lange gut, bis der Falsche was Falsches sagt. Ja, Mann. Wir sind nur so lange cool, bis es knallt. Und dann nehmen sie ihre Beine in die Hand zu schreien. Hang, 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 hang. Boah. Aber können weg, 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 weg. Wir kommen aus dem Dreck, 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 Dreck. Und real sind hier draußen leider nur ein paar Prozent, Mann. Oh, Digga, das geht mir ans Herz, wenn ich sowas sehe, Alter. Das geht mir ans Herz, wenn ich sowas sehe, Digga. Das ist Deutschrap, Mann. So soll Deutschrap sein. Jeder hält zusammen, jeder ist connected. Das ist die gute Seite von Deutschrap, Mann. Die gute Seite. Da kriege ich Gänsehaut dabei, dass ich einfach jetzt hier Summer und Karpi sehe. Boah. Ehre, Alter. Was ein Ehrenmove, Alter. Bis es knallt und dann nehmen sie ihre Beine in die Hand zu schreien. Hang, 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 hang. Aber rennen weg, 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 weg. Boah. Wir kommen aus dem Dreck, 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 Dreck. Und real sind hier draußen leider nur ein paar Prozent. Ja, Mann. Wenn du willst auf die Party, mir egal ob deine Partner kommt. Du, 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 sag als Halt, bist da mal keiner auf. Was sind das auch für krasse Flowchanges hier, Digga? Boah. Alles perfekt auf dem Beat, perfekt aufs Video geschnitten, immer. Perfekt Bewegung mit dabei. Ah. Vor allem mal so blass im Gesicht, denn deine acht kleinen Gruppen zicker quatschen hier nicht. Und Regel Nummer eins, gesprochene Wörter, fängt man nicht mehr ein. Regel Nummer zwei ist simpel wie gut. Man kommt nicht mit nem Messer zu ner Schießerei. Sie schweigt nur so lange, bleib, 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 bis es wirklich welches regnet. Boah. Gönnt euch einfach auch hier das, die Gesichtsausdrücke von Wazel, Alter. Der fühlt es, der fühlt es einfach. Sie war ein, bleib, bleib, ein Bruder bin dabei, Bruder bin dabei. Sie war ein, bleib, bleib, ein Bruder bin dabei, Bruder bin dabei. Geh mal beiseite, gar keinen Bock auf die Faxen, also besser du bleibst auf Distanz. Geh mal beiseite, ganz schnell runter von meinem Fuß, denn sonst küsst dein Gesicht deine Pfand. Episch. Digga. Basuka oder was? Boah. Auch so eine epische Szene hier, Alter. Ach, Alter. Dieses Video beschreibt fast perfekt, warum und was ich an Contra K mag, Alter. Boah. Wie glücklich Wazel der Bazooka ist, Digga. Digga, da geht mein Herz auf in dem Video. Ich weiß nicht warum. Einfach die beiden so glücklich zu sehen. Dann, Thumbna und Capital noch am Start. Da geht irgendwie mein Herz auf. Da sieht man, das ist die gute Seite von Deutschroop. Das ist die gute Seite von Deutschroop, Jungs. Wir haben einfach gerade, keine Ahnung, Mann. Die, die haben einfach Spaß und die, die machen's, weil sie Bock auf Mucke haben. Das sieht man, Alter. Boah. Schönes Ding, Alter. Ansonsten natürlich auch an sich, Alter. Äh, Contra K wieder ein Brett abgeliefert hier, finde ich. Passt perfekt aufs Album. Geile Hook, gerade weil Wazel da auch noch mit dabei ist. Ähm, ich finde die beiden ergänzen sich super. Ähm, videotechnisch wieder was Geiles geliefert. Diese Szene im Container, wo die Waffen an der Wand hingen, hat mir sehr gut gefallen. Summon Capital mit dabei, Alter. Ah, geiler Track, Ohrwurm. Und pusht einen wieder nach vorne, einfach. Boah, extrem schön, Alter. Extrem, extrem schön. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, gönnt euch das Album. Gönnt euch das Album, Leute. Würde mich sehr freuen, wenn ihr ihn ein bisschen supportet. Ansonsten würde ich sagen, schreibt mal eure Meinung rein. Und dann sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video, ja. Falls ihr es noch mehr sehen wollt, Freunde, kommt ihr hier zu meiner Contra K-Playlist. Ansonsten hier noch ein weiteres wunderbares Video. Falls ihr neu dabei seid, wie gesagt, würde ich mich sehr freuen. Aber Freunde, zum Ende grüße ich einmal die Ehren, Leute. Adidas, Nulli, Doras, Philipp, Isi und die netten Netten. Habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt fresh und ciao.